Wir erleben eine Rallye, die sich charttechnisch durch Indikatoren angekündigt hat, die heute ins Rollen gekommen ist und die wahrscheinlich sich auch noch weiter fortsetzen wird. Und dann werden alle sagen, guckst du, wir haben den neuen Bullenmarkt großartig, großartig und dann macht es Rums und Booms. Warum? Weil erstens die Wirtschaft stark abkühlt und warum kühlt die Wirtschaft stark ab? Weil Liquidität aus der Wirtschaft abgezogen wird, aus den Märkten abgezogen wird. Dann werden wir Panikreaktionen an den Aktienmärkten sehen und diese Panikreaktionen der Aktienmärkte, die werden dann dazu führen, dass auch die Notenbanken in Panik geraten. Mit der Folge, dass die Notenbanken dann umsteuern, dann sehen wir eine Art Crack-up-Boom, also praktisch eine Explosion wahrscheinlich der Kurse nach oben mit der Folge vermutlich neuer Allzeithochs. Und dann müssen wir weitersehen, dann kommt wahrscheinlich etwas sehr Unschönes, denn das ist nicht wirklich substanziell, was dann da passiert. Ist diese Rallye, die wir erleben, substanziell? Nö, macht aber nichts. Sie ist der Weg des größten Schmerzes. Warum? Wir haben gestern den 200-Tages-Durchschnitt im S&P 500 unterboten. Dann haben sich viele Institutionelle nach unten abgesichert. Jetzt passiert das Gegenteil. Jetzt sind viele rausgegangen der Institutionellen und die sagen sich jetzt, oh Schiete, wenn das weiter nach oben geht, ich kann mir ja alles leisten, aber nicht eine Rallye zu verpassen, dann sagen meine Investoren, Rallye, wo warst du? Das geht ja gar nicht, wenn ein Abverkauf ist, dann kann jeder sagen, naja, es hat doch alle anderen erwischt. Also das ist das Szenario und so würde sich das in diesem Chart manifestieren. Wir sehen jetzt nochmal den Versuch hier nach oben zu laufen, der sich fortsetzen dürfte und dann kommt das dicke Ende. Warum das kommen wird, das will ich zeigen. Aber zunächst mal, was hat diese Wende ausgelöst? Mental waren es die Aussagen von FED-Mitglied Bostig, Atlanta-Fed-Chef, der gesagt hat, ja, die FED könnte vielleicht im Sommer oder im Spätsommer eine Pause machen. Absoluter No-Brainer, denn das würde bedeuten, dass wir mindestens noch drei Zinsanhebungen sehen. März, Mai und Juni vielleicht dann im Spätsommer eben noch eine. Ich glaube, die nachfolgende ist dann im August, wenn ich das richtig erinnere. Dann hätten wir drei bis vier Zinsanhebungen, das ist ohnehin von den FED-Fund-Futures eingepreist. Aber ich nehme an, dass die Algorithmen das Wort Pause gehört haben und das in Verbindung mit der FED-Hurra. Dann müssen wir kaufen all das, nachdem wir den 200er-Tagesdurchschnitt, der für institutionelle Player sehr, sehr wichtig ist, unterschritten hatten. Und das ist kein Zufall, dass das jetzt kommt. Wir sehen positive Divergenzen, RSE-Stochastik. Wir haben hier ein Bullish-Engulfing-Pattern, das in einem neuen Account dann sich noch weiter nach oben fortsetzen dürfte. Und diese Rally ließ sich auch nicht stoppen, eigentlich von einer Geschichte, die sie stoppen müsste unter normalen Umständen. Denn wir haben wieder einen bockstarken ISM-Index gesehen. Dienstleistung 55,1, besser als erwartet mit 54,5. Prices paid 65,6. 67,8 war der Vormonat. Alles, was über 50 ist, bedeutet, dass die Preise zum Vormonat weiter steigen. Die sind jetzt ein Ticken weniger stark gestiegen in dem Februar als im Januar, aber sie sind eben weiter gestiegen. Schauen wir mal, neue Orders 62,6, bockstark. Wir sehen Employment stark, 54,0 Subtext. Wir haben weitere Inflationsschübe vor uns. Wir haben vor allem eine extrem starke Nachfrage und einen extrem engen Arbeitsmarkt. All das wird die Fed dazu zwingen, die Zinsen weiter anzuheben, die Aktienmärkte ignorieren. Ups, habe ich die falsche Richtung gewählt, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich diese mal korrigieren. Die Aktienmärkte ignorieren das Ganze. Hier sehen wir das nochmal dargestellt. Vor allem, wie die Dinge hier wieder nach oben weisen. Ganz oben sehen Sie die Preiskomponente. Wie gesagt, alles über 50 ist weiter steigende Preise. Auch wenn die Dynamik sich ein ganz kleines Ticken abgeschwächt hat. Andreas Dino-Larsen wundert sich über die starken Daten und meint, das könnten dann noch stärkere im März werden. Aber, 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 meine Damen und Herren, wenn es einen zuverlässigen Indikator auf dieser Welt gibt, dann ist es die invertierte Zinskurve. Und zwar die der zweijährigen und der zweimonatigen und der dreißigjährigen Anleihe. Also ganz kurzlaufende Anleihen und sehr, sehr lange laufende Anleihen. Was die lange laufenden Anleihen signalisieren, ist zunächst mal, dass die Inflation strukturell erstmal hoch bleiben wird. Aber hier sehen wir, dass wir schon im Januar eine Versteilung dieser wichtigen Zinskurve gesehen haben. Das ist die Zinskurve, die historisch gesehen am ersten wieder nach oben dreht. Eine Rezession kommt dann, wenn sich bereits stark invertierte Zinskurven wieder reinvertieren. Klingt alles ein bisschen technisch, zeigt auch die Börlengeschichte, meine Damen und Herren. Das ist in Untersuchungen sehr, sehr schön historisch gezeigt worden. Das würde darauf hindeuten, dass im Juni die Rezession beginnt. Und warum das so sein könnte, wollen wir uns gleich anschauen. Wir haben zunächst mal drei Quartale in Folge jetzt negatives Earnings Growth. Das heißt, die Gewinne schmelzen der Unternehmen. Das alles wird kaschiert, indem die meisten Unternehmen Non-Gap-Earnings melden. Würden sie Gap melden, dann wäre das, oder würden die Analysten vor allem die Gap-Earnings stärker beachten, dann würde klar werden, dass wir eben rückläufige Gewinne haben. Diese Adjusted Earnings, das ist so wie bei den Statistikbehörden in den USA, Adjustments, Seasonal Adjustments, damit kann ich drehen und wenden, was ich will. Herauskommt etwas Unseriöses. Und hier sehen wir mal, das ist der Grund, warum wir jetzt nicht in einem neuen Bullenmarkt sind. Denn die Risikoprämie für Equities für Aktien, die ist so tief wie seit 2007 nicht mehr. Das heißt, das Risiko, das ich eingehe, wenn ich Aktien kaufe, im Vergleich zu sicheren Investments, zum Beispiel sechsmonatigen US-Staatsanleihen oder Geldmarkte, Fonds, bla und pluppe, das ist nicht gerade günstig. Das heißt, ich zahle oder ich kriege sehr wenig für das Risiko, das ich eingehe. Und das vor allem jetzt mit den Frühindikatoren, auch was die Unternehmensgewinne betrifft, die alle darauf hindeuten, dass die Margen schlechter werden, dass die Unternehmen größere Probleme bekommen. Warum, werden wir auch gleich sehen. Zunächst mal sehen wir, dass die S&P 500 Unternehmen die Anzahl der Firmen, die die vorher deutlich abgesenkten Gewinnerwartungen übertreffen. Das ist ja immer das Spiel an der Wall Street. Vor der Berichtssaison gehen die Erwartungen deutlich nach unten. Er meldet das Unternehmen und sagt, hurra, wir sind über die gesenkte Erwartung gekommen. Jetzt aber nur noch 69,7, weist ganz klar nach unten dieser Chart. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Geld abgezogen wird aus Aktienmärkten bereits. Letzte Woche hatten wir 68 Milliarden Inflows in Cash Funds, also in Geldmarkte, Fonds. Aber 7,4 Milliarden sind ausgeflossen aus Global Equity Funds, vor allem aus US-Aktien. Michael Hartnett sagt, Cash is good as bonds and stocks. Also Cash rentiert in der Regel genauso viel jetzt wie Aktien, nur ohne Risiko. Was machst du, wenn du Investorengelder betreust? Vor allem, wenn deine Kundschaft ein bisschen älter ist. Die wollen jetzt nicht mehr das ganz große Risiko gehen, sondern die wollen sicher. Dementsprechend allokierst du deine Kapital und vor allem eben aus US-Stocks ist das meiste abgeflossen. 10,6 Milliarden Dollar. Das genau ist das Problem. Diese institutionellen Investoren haben Gelder rausgezogen. Jetzt sehen Sie, das Ding geht nach oben. Oh, shit, schnell wieder rein, sonst haben wir echt ein Thema. Deswegen glaube ich, dass diese Rallye hier noch weiter geht. Wir sehen aber, dass der Konsument schwächer wird. Wir sehen etwa hier die Kreditkartendaten der Bank of America, die exakt den US-Konsum im Januar vorhergesagt hatten. Deutlich schwächer inzwischen. Das weist nach unten. Kein Wunder. Denn die Amerikaner, die haben immer weniger letztendlich in Reserve. Gleichzeitig steigen ihre Kosten. Die werden ausgeglichen gerne mit der Kreditkarte. Die Kreditkarte ist durchschnittlich mit 20 bis 25 Prozent verzinst oder die Kreditkartenschulden. Das hältst du nicht lange durch. Hier zum Beispiel 50 Prozent der Amerikaner im Alter zwischen 55 und 66 haben 0 Dollar an Rücklagen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht einfach. Und für mich der entscheidende Punkt ist eben die Folge des Entzugs von Liquidität. Hier sehen wir mal das Negative Money Growth. Und das Ganze wird sich dann noch beschleunigen im Rahmen des Tightening Prozesses. Also der geldpolitischen Straffung. Die fährt ja in der letzten Woche allein 42 Milliarden Dollar. Die Bilanzsumme reduziert. Gleichzeitig werden der Zinsen noch weitere Steuze. Geld wird also teurer. Kredite werden schwerer zu erreichen sein. Ich habe da öfter schon eine Grafik gezeigt. Die klar macht die Kreditvergabestandards nicht nur der Banken in die USA, sondern auch hier in Deutschland und Europa. Die werden deutlich schwanger, rigider. Und das Ganze wird sich noch im zweiten halben Jahr beschleunigen. Respektive die Märkte werden diese Beschleunigung des Liquiditätsentzuges antizipieren. So wie sie vielleicht gestiegen sind durch das, was vor allem die People's Bank of China hier in die Märkte gebuttert hat. Die Chinesen haben ja das Problem. Bups, Lockdown. Und jetzt muss irgendwie die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Also hat die chinesische Notenbank massiv Liquidität ins System geschüttet. Allerdings glaube ich, dass diese Liquidität vorwiegend eben im chinesischen System bleibt. Entscheidend ist, was machen FED und EZB. Denn das ist unser Geldkreislauf. Was haben wir mit den Chinesen zu tun? Beziehungsweise die Chinesen haben sich sehr stark zurückgezogen aus den USA mit Investments. Da passiert nicht mehr allzu viel. Zumal die Erholung, wie wir heute nochmal in einem Artikel gezeigt haben, durch Reformstau, Demografie und die Folgeschäden von Corona letztendlich dazu führen, dass der Konsument nicht wirklich wieder zu altem Leben erwacht. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Chinesen haben eine Geburtenrate von 1,0 bis 1,1. Das heißt, eine Frau bekommt ein Kind, jahrelange Ein-Kind-Politik. Zwei Kinder kann man sich nicht leisten wegen Privatschulen. Wer in Shanghai lebt, in Peking lebt, der kann, der muss schon sehr, 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 sehr gut verdienen, um sich das leisten zu können. Dementsprechend wird das so weitergehen. Dementsprechend wird die Bevölkerung Chinas rapide abnehmen. Dementsprechend herrscht jetzt schon Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite geht immer mehr Produktion aus China raus. Ein wichtiger iPhone-Zulieferer wird jetzt in Indien massiv investieren, weil Apple eben sagt, uns sind die politischen Risiken in China zu groß wegen Lockdowns. Oder wenn da mal mit Taiwan irgendwas ist, mit USA, Taiwan, das können wir nicht riskieren. Gehen wir lieber nach Indien. Das ist ein riesiger Trend. Aber zurück jetzt nach die Europa und die Amerika. Hier sehen wir mal die Bilanzsummen der EZB. Und eben der FED deutlich rückläufig, vor allem die der EZB stark rückläufig. Und wird vielleicht noch rückläufiger sein, denn gestern hat ja Isabella Schnabelleiner gesagt, also dieser große Bestand an Anleihen, der macht uns die Inflationsbekämpfung schwieriger. Der Subtext, wir müssen die Bilanzsumme stärker reduzieren, damit noch mehr Liquidität aus dem System. Heute habe ich es ja mit den falschen Verschaltungen, meine Damen und Herren, noch mehr Liquidität aus dem System ziehen. Und das, meine Damen und Herren, ist der entscheidende Faktor nicht nur für die Märkte, sondern auch für die Wirtschaft. Nämlich die reale Geldmenge zum realen BIP. Wir sehen, dass die reale Geldmenge immer vorläuft, also die inflationsbereinigte Geldmenge und das inflationsbereinigte BIP. Die Geldmenge minus 7%, minus 8%. Das BIP wird dann erfolgen. Das ist ein Artikel von Thorsten Polleit, meine Damen und Herren, den ich ohnehin sehr schätze. Rezession, das dicke Ende kommt erst noch, wo er klar zeigt, was passieren wird. Absolut stringent, zwingend, erste Empfehlung. Ein Fremdartikel, aber für Thorsten Polleit mache ich das natürlich sehr gerne. Wir sehen zum Beispiel dann hier, Neugeschäftsvolumen im Wohnungsbaukredite an private Haushalte. Bums, der totale Absturz. Bauzinsen nähern sich wieder der 4%. Marke, Kreditvergabe, ich spreche mit Bankern, wird immer rigider. Zinsen werden weiter steigen, mehr Eigenkapital wird erfordert. Also für Kredite, mehr Sicherheiten werden gefordert für Kredite. Das bedeutet auch für Firmen weniger Investitionen, durch steigende Löhne für Firmen höhere Kosten. Bei gleichzeitig einer schwierigen Margensituation. Dazu gleich mehr. Wir sehen, dass gleichzeitig die Inflationserwartungen für die nächsten 5 bis 10 Jahre in Deutschland jetzt auf dem höchsten Stand seit 2012 sind. Obwohl die EZB ja die Zinsen deutlich anhebt. Und hier schauen Sie mal zum Beispiel Nestle, Unilever und Danone an. Also Markenhersteller im Consumer Staples Bereich, im Konsumbereich. Und die kriegen richtige Schwierigkeiten. Ihre Kosten sind deutlich gestiegen. Sie haben aber jetzt Schwierigkeiten, diese gestiegenen Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Weil die Verbraucher dann irgendwelche Eigenmarken von Supermarktketten kaufen. Edeka oder Aldi oder wie sie auch alle heißen. Dementsprechend haben die jetzt ein Riesenproblem, ein Riesenmargenproblem. Sie werden, sie leiden jetzt schon unter Umsatzrückgangen mit ihren teuren Markenprodukten. Werden das nicht kompensieren können. Das heißt, das Ganze wird sich in die Marge reinfressen bei den Markenherstellern. Weil die Konsumenten nicht mehr in der Lage sind, diese Preisanhebungen mitzugehen. Damit haben wir ein Umsatzthema. Damit haben wir dann natürlich ein Bewertungsthema auch mal wieder. Und jetzt hat Robert Habeck gesagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Meine Damen und Herren, Roberto gegen Marco. Ich gehe die Gegenwette ein. Ich würde diese Wette sofort eingehen, dass ich diese Aktie leer verkaufe. Also schorte. Ich mache es jetzt nicht sofort, dass ich den DAX wieder schorte. Aber ich warte nur auf den Einstieg. Denn das wird eine bittere Geschichte. Immerhin hat man jetzt oder hat die EU auf Druck, auch Deutschlands, die Abstimmung zum Verbrenner aus. Erst mal gecancelt. Das ist vielleicht das erste Mal, dass man so ein bisschen zur Vernunft gekommen ist. Wenn wir hier komplett unsere Technologie abschießen, unsere Autoindustrie abschießen, dann können wir diese Aktie gleich in die Tonne treten. Die Fortsetzung des Märchens vom reichen Land, sagte Daniel Stelter. Aber die Wette gilt. Roberto gegen Marco. Und zweite Empfehlung dann, starker DAX. Die Spurensuche geht weiter. Der DAX konnte davon profitieren, dass große institutionelle Investoren unterinvestiert waren. Man fürchtete eben diese große Energiekrise. Die blieb wegen des milden Winters dann aus. Und weil Deutschland am Flüssiggasmarkt alles weggekauft hat, was zu kaufen war für horrende Kosten. Jetzt ist die Stimmung schon wieder bullisch. Alle sagen, guck mal, der DAX ist doch günstig. So 13 oder was hat er an KGV. Ja, aber das ist die Vergangenheit. Das ist das Abgefrühstückte. Das, was kommt, das ist mit der realen Geldmenge, mit dem Entzug von Liquidität, mit dem Margendruck. Und wenn ich dann gucke, ist der DAX teuer, dann muss ich sagen, ja, er ist für das, was kommt, teuer. Deswegen gehe ich die Gegenwerte gegen Roberto ein. Aber hier nochmal Argumente pro und kontra. Sie wissen, bei uns gibt es immer beide Seiten der Medaille. Zweite Empfehlung nach Thorsten Pollard. Also und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Diese Zero-DTE-Optionen, die so wichtig sind, die die Mechanik an den Märkten komplett verändert haben. Die Wall Street und den Boom der Zero-Day-Options, Zero-Days-Till-Expiry, so heißen die ja. Eine Modeerscheinung für Kleinanleger, die sie als Lotterielose betrachten. Okay, aber es sind vor allem High-Frequency-Trader, die das nutzen, also Hochfrequenz-Händler. Schauen Sie da auch mal rein. Sie sagen, es ist am Wochenende Zeit. Ich wünsche gleichzeitig ein wunderschönes Wochenende. Sage Servus und Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Bis dann.